Hallo, mein Name ist Alfred Skeric von Oliver Schmidt Hairdesign aus Düsseldorf und heute zeige ich euch die zwei neuen Modelle von Equip Plus. Einmal die TEC 1 Straight Cut speziell für gerade präzise Haarschnitte und zum zweiten einmal die TEC 2, die Slide Cut für alle Slice-Techniken, beides die neuen Modelle von Equip Plus. Viel Spaß damit! Heute zeige ich euch das neue Supermodel von Equip Plus und zwar handelt es sich hier um die TEC 1 Straight Cut. Die TEC 1 Straight Cut hat einen 35 Grad Spezialschliff und dieser Spezialschliff hat eine wahnsinnig tolle Eigenschaft und zwar sorgt er dafür, dass das Haar im Grunde genommen überhaupt nicht mehr verschoben werden kann, sondern einfach gut fixiert wird auf der Klinge beim Schneiden. Und wo eignet sich das besonders? Das eignet sich natürlich ganz klar bei geraden Schnitten besonders, aber was hiermit natürlich auch super gemacht werden kann, sind Point Cuts bis in die allerletzte Spitze und hier hat die TEC 1 Straight Cut ihre ganz klare Stärke. Das ist eine super Allrounder Schere, aber insbesondere für den Straight Cut, so wie sie auch heißt, ein ganz klarer Kauftipp von mir. Passend dazu gibt es dann aber auch das Gegenmodell, nämlich die Slide Cut. TEC 2 Slide Cut besticht nämlich durch einen 40 Grad Spezialschliff und dieser 40 Grad Spezialschliff sorgt dafür, dass das Haar im Grunde genommen hier bei einem Abschnitt besonders gut slidet. Das heißt, das Haar wird nie zu keinem Zeitpunkt gequetscht, sondern würde bei einem Slide Cut oder Slice Cut richtig schön eingleiten zwischen die beiden Klingen und das ist natürlich hier ein butterweiches Slicen, was auch dem Haar sehr, sehr gut tut und auch wirklich sehr, sehr schön aussieht. Auch hier ein ganz klarer Kauftipp von mir. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.